Was ist die Fokus-Thema? Beide haben Themen herausgearbeitet, ausgesucht, die wirklich hervorragend wichtig für unsere Branche sind und uns schon seit Generationen begleiten. Die eine Frage ist nämlich, wie gestalten wir eigentlich eine Messehalle? Messestände, das ist eine lange Routine, dass wir das kontrollieren, dass wir gucken, wo die Besucher hingucken, dass wir feststellen können, was sind die herausragenden Dinge, wie können wir hier den Blick leiten und die Aufmerksamkeit leiten. Die Frage ist aber, wie gestalten wir eine Halle, dass relevante Informationen dahin kommen, wo sie hingehören, nämlich zu den Besuchern. Frau Diekmann hat sich mit dieser Thematik mit großem Aufwand beschäftigt und mit apparativen Aufwand, mit Befragung dieser Frage einen deutlichen Schritt näher an die Klärung gebracht. Und dann haben wir noch eine weitere wichtige Frage, die diese Branche vermutlich seit 500 Jahren begleitet, nämlich, was ist mit der nächsten Generation? Wir hören oft, die nächste Generation kümmert sich nicht mehr um das, was früher mal gut war, Messen werden, aussterben, niemand interessiert sich dafür. Und Frau Hunke zeigt sehr deutlich, nein, ganz und gar nicht, die nächste Generation nutzt nicht nur Messen, sondern hat auch klare Ansprüche an die Messen und möchte gerne, dass wir ihren Ansprüchen gerecht werden, was wir natürlich tun werden. Ja, ganz knapp hat gewonnen die Frau Hunke. Zur Begründung können wir eigentlich nur sagen, das war eine noch mal bessere Arbeit im Sinne von Aufarbeitung. Wir haben eine hervorragende Präsentation hier gehört, eine souveräne Präsentation. Die kritischen Fragen des Publikums wurden mit Humor und großer Souveränität beantwortet. Das hat letztlich dann den Ausschlag gegeben. Beide Arbeiten haben aber alle letztlich sehr überzeugt. Beide Präsentationen waren hervorragend. Ich freue mich auf die Zukunft dieser Branche, wenn das der Nachwuchs ist. Beide Arbeiten Beide Arbeiten